so herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind mal wieder auf reisen und zwar geht es heute nach sellen jetzt werdet euch alle fragen was machen wir und zwar muss ich erstmal ein bisschen ausschweifen und wir fahren heute zu einem weiteren motorenbauer so keine angst der lambo motor wird weiterhin bei subi performance gebaut aber wir haben uns überlegt und gelernt dass wenn wir euch einfach noch mehr content bringen wollen und noch mehr technik weil wir werden definitiv bei unserer technischen seite auf dem channel bleiben brauchen wir einfach noch mehr handlung das heißt wir würden liebend gerne noch mehr motoren bauen ganz oft ist es leider immer am ende am motor gescheitert und deswegen habe ich einen zweiten motorenbauer noch gefunden von dem ich als ich das erste mal jetzt da war auch sehr überzeugt war ganz anders als andy von subi performance ist nämlich ein vater sohn gespannen auch ein meisterbetrieb seit jahren bin mir nicht mehr ganz sicher ich glaube seit 96 machen die das beziehungsweise der vater der sohn ist jetzt erst dazugekommen haben ähnlich wie björn damals ein sehr großen maschinenpark das heißt dort können toll angefertigt werden aus dem vollen dort können ventile angefertigt werden dort können lagergassen gebohrt werden dort können komplette buchsen dort können komplette buchsen hergestellt werden und ich glaube einfach dass so diese kombination aus subi performance der ja selber wie auch gemerkt habt so ein bisschen youtuber ist das heißt er denkt ein bisschen anders und so im alten traditionellen motorenbaubetrieb ich glaube das wird für mich natürlich aber für euch genauso cool also ich freue mich also ich denke auch weil es was neues ist genau wir können da ganz andere sachen zeigen ihr habt gleich bei sui gesehen der macht viel auf seiner cnc fräse hier werdet ihr sehen ist das noch so ein bisschen klassischer und was ich halt immer cool finde bei so alten hasen ist die haben halt auch immer extrem viel zu erzählen so und das sind ja genau die geschichten die wir rüber bringen wollen so das heißt wir fahren jetzt dorthin aber ich bin zu langer quatsch hier wir fahren jetzt da hin und lassen direkt den limo motor da weil die beiden werden sich nämlich um den limo motor kümmern aber ich würde sagen ihr kriegt jetzt erstmal einen kleinen porn und ich sage herzlich willkommen zu david motoren technik in selten so wir sind in den heiligen hallen angekommen ich stelle euch als erstes mal Kevin vor und Papa wie spricht man auch Miguel 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 okay bevor ich es jetzt hier mein leben lang falsch ausspreche ja erstmal vielen vielen dank dass ihr euch in meiner aufgabe annimmt ja schön dass du uns deinem projekt anvertraust gern weil ich habe schon ein bisschen angekündigt als ich das erste mal hier war war ich so begeistert davon was ihr alles macht dass das für die zukunft eigentlich nur extrem cool werden könnt erstmal einmal kurz zu euch ich habe gesagt seit 96 macht ihr das ist das richtig war das habe ich das richtig im Kopf ja seit 96 gibt es den betrieb nicht hier den betrieb hier gibt es seit 2000 also auf jeden fall über 20 jahre motorenbau schon Vater angefangen Sohn dazugekommen ja richtig und das klappt auch so ist auf jeden fall für uns mal eine coole neue konstellation ich glaube wo wir jede Menge spaß haben wollen es gibt differenzen ich sage mal so gelegentlich aber gäbe es überhaupt keine was die stimme das ist die kunden die auch vom paketing zu nutzt wird okay also ihr macht motorenbau fahrer so angespannt und es funktioniert richtig im wesentlichen bearbeiten wir motorenteile und gelegentlich bauen wir auch mal ganze motoren zusammen aber hauptsächlich diejenigen die wir gut kennen das sind amerikanische v8 aus denen ich sag mal so 60er 70er jahren und das bearbeiten wir die köpfe und blöcke von motoren und greifen da auch schon mal tief ins volle gelegentlich das wäre jetzt nämlich genau meine frage gewesen ich habe mit zwei drei leuten im vorfeld schon gesprochen den ich euren namen gesagt habe ein paar kannten euch sofort und ein paar gar nicht liegt wahrscheinlich daran dass ihr relativ viel in der us-szene da vertreten seid ja zum teil ja und das coole ist aber wenn man sich so ein bisschen die maschine so anguckt die zeigen euch gleich noch ihr könnt ja wirklich eigentlich fast alles ein bisschen was ja also wir sind nicht zu schlecht ausgestattet aber es gibt auch ein paar sachen die wir nicht können und wünsche für die zukunft maschinentechnischer art haben wir natürlich immer für für meinen anwendungsfall haben wir auf jeden fall erstmal alles was wir ja was auch im wesentlichen ja ich hoffe schon was ich sage mal im laufe der zeit merkt man ja wenn man immer mehr motoren zusammenbaut dass es immer wieder irgendwelche teile gibt wo man selber an seine grenzen kommen weil entweder die werkzeuge oder die maschinen fehlen man ärgert sich dann darüber dass man kein perfektes ergebnis produzieren kann weil irgendetwas fehlt und dadurch hat man immer wieder mal hier eine maschine dazu gekauft noch ein paar lagergassen hohen ahlen und dann kam die drehmaschine für die buchsen und somit würde ich behaupten ist unsere aufstellung nicht so schlecht ja auf jeden fall schon mal auch vielen dank dass ihr bereit seid das ganze auch zu verfilmen dass wir es begleiten dürfen das ist ja auch heutzutage nicht für jeden immer selbstverständlich auch bedankt für die ehre und aber umso cooler ist es für euch nämlich weil wir nämlich jede menge technik ja kriegen weil die werden wir auf jeden fall kriegen letzte frage wie steht ihr generell zum thema auto seid ihr selber autoschrauber autoliebhaber oder geht es rein um den motor hier weil ich sehe ja hier immerhin schon ein auto drin also wie sagen wir ja grundsätzlich das so wir sind hauptsächlich auf motoren ich sag mal so spezialisiert und der rest des autos ist für uns relativ weit weg vom motor betreffend kundenfahrzeuge wir haben also normalerweise keine kundenfahrzeuge an eigenen autos schrauben wir natürlich und wir haben ich sage mal so zum beispiel auch verschiedene projekte private projekte die praktisch in der familie bedient werden aber das ist dann auch schon die grenze der autoschrauber eigentlicherweise also benzin im blut auf jeden fall definitiv eine menge und das brauchen wir jetzt geht es nämlich gleich mit der ersten krassen sache los hier seht ihr ein paar rohlinge und aus diesem stück stahl werden tatsächlich hier hausinzern durch was ich schon mal krass finde weil so viele gibt es heutzutage glaube ich nicht diese buchse noch selber machen nein das besondere bei uns ist sogar dass wir nicht nur die buchsen selber fertigen sondern wir setzen sie auch die motorblöcke ein und passen sie an die kolben an das heißt also der kunde bekommt bei uns dieses paket buchsen und bearbeitung aus einer hand weil üblicherweise muss die buchse von der buchsehersteller kaufen wir dann jemand suchen der das macht und wir können das hier kombinieren und können dann natürlich optimieren je nach einwendungsfall weil wir dann auch die erfahrungen vom kunden zurückgemeldet bekommen wo gibt es probleme wo funktioniert es nicht wo sind verbesserungsmöglichkeiten und so kann man das nach der zeit optimieren das heißt gerade auch so für so reparaturanwendungen und so weiter falls mal einer kommt wo was kaputt ist wo es vielleicht nicht mehr so einfach blöcke gibt wo man mal improvisieren muss bei motoren die dafür geeignet sind muss man dazu sagen es gibt man weiß von vornherein nicht aber ein motor dafür geeignet ist das wichtigste ist dass der zylinderabstand groß genug ist und dann muss man probieren ob es in einem block funktioniert und teut 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 in den meisten blöcken hat es bis jetzt funktioniert dann habe ich auf jeden fall schon mal einen ungeeigneten motor mitgebracht weil bei den audi motoren ist der zylinderabstand leider nicht sehr groß ich formuliere das mal so dass wir nicht gleich wieder hier rausfliegen das ist eher ein problem aber aus so einem klotz wird wirklich dann so eine buchse das ist richtig ja 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 krass okay also wir haben das als stangenmaterial in meter 20 länge und zersägen das dann auf dem bandsägeautomaten und dann wird das hier auf der cnc maschine in form gebracht das heißt auch die konstruktion und alles macht er logischerweise auch alles ja richtig klar es ist ja viel deswegen gewesen weil das in dem fall war nötig weil der kunde unbedingt hubraum erweiterung haben wollte für diese motoren gab es generell keine buchsen zu kaufen zumindest nicht in diesem maß und dann bleibt ja die einzige möglichkeit speziell bei so sonderen bauten dass man selber das heißt es ist auch egal ob es jetzt ein alu motor ist der werk schon gebucht ist oder vielleicht ein alu motor ist ja nicht gebucht ist der jetzt gebucht wird alles komplett volles programm wenn es möglich ist machen wir das ja vor steht ja ein ja also diesen block haben vorgearbeitet um einfach auf der fräsmaschine festzulegen was wäre sinnvoll wie weit gehe ich im bereich der kühlwasserkanäle und wie weit komme ich fertigungstechnisch weil ich habe ja hier eine sprechung und ich habe hier unten eine sprechung des blocks selber das muss ganz insgesamt noch steif genug sein aber das ziel in diesen blöcken ist es ja einfach dafür zu sorgen dass die zylinder nicht mehr platzen was ja schon des häufigen leider passiert ist ja und was für ein material ist das dann der g60 kugelgrafikus für die stark aufgeladen motoren für die nicht ganz so stark aufgeladenen g40 das hat etwas bessere laufeigenschaften ist das aber schon besser als der block nein nein also grundsätzlich ist das material so eines audi blocks eigentlich optimal und diese buchsen die wir fertigen haben nicht die qualität ich sage mal so dieses blocks der vorteil unserer buchsen ist sie bestehen nicht aus grau sondern aus kugelgrafikus was eine mischung ist ich sag mal so in den eigenschaften zwischen stahl und gusseisen das heißt also wenn man mit einem hammer auf so eine buchse haut dann verbiegt sie sich wäre sie aus gusseisen würde sie einfach brechen oder platzen und dadurch haben wir die möglichkeit wenn wir sehr hoch aufgeladene motoren haben dass ich sage mal so eine überbelastung des materials zu einer plastischen verformung führt und nicht gleich den ganzen block reißen lässt nicht gleich komplett sprengt ganz genau das ist der punkt und bis jetzt heute heute haben unsere buchsen in den meisten erwendungsfällen wirklich gehalten haben wir mal eine buchse geplatzt also es ist noch keine zerschossen doch lieb nein und unsere kunden geben sich das zu versuchen aber ihr seht es wird auf jeden fall richtig technisch hier das freut mich und ich glaube da das ist das ist so cool so jetzt kommt nämlich gleich die nächsten sache das habe ich mich selber wirklich noch nicht gesehen dass einfach mal jemand ein paar toll selber macht kurzerhand kurzerhand ich bin alt und langsam beschwerden dass es so lange dauert zurecht es ist aber auch eine menge aufwand also wir können keine frage ja also wir haben das programm um diese toll zu konstruieren wir haben das kann programm das maschinenprogramm zu schreiben und leuten sind ja nicht so kompliziert wenn man also ein bisschen erfahrung hat und vom haus aus ich sag mal so ein bisschen ausbildung mitbringt dann ist das machbar und wir machen das aber üblicherweise in den fällen in denen nichts am markt zu bekommen ist indem es sich um einen seltenen motor handelt der unbedingt repariert werden muss bei denen die kosten dann auch nicht so eine große rolle spielen und das heißt in diesem fall was für motor ist das ein glas 1800 dieser hier ja das ist der motorblock da schon den haben wir mit dünnen an den Buchsen gewuchst weil wir den im Säule wart hatten und das sah für uns so aus als wenn die zylinder eventuell schon durch korrodiert waren und das ist natürlich äußerst ärgerlich wenn man den auf Mars bohrt und dann baut der kunde das ganze zusammen und dann läuft ein Wasser in den Zylinder weil die Dinger durchgegammelt sind weil man muss das ja auch so sehen dass diese motoren ja ich sag mal so mindestens 50 jahre alt sind da ist 50 jahre lang kühlwasser durchgegangen hat sich da reingraben können eventuell ist der guss nicht hundertprozentig und dann kann man so eine viele stelle haben stand und zwar noch viel rum ohne dass es da gelaufen ist ja ja das ist ganz oft so das ist bei vielen oldtimer motoren die wir haben und das ist ja so wir schreiben das jahr 2020 so ein motor kommt vielleicht aus dem jahr 1965 das heißt also der hat dann jetzt auch schon ich sag mal so 55 jahre auf dem buckel und 55 jahre kühlwasser können was bewirken und deshalb die buchsen rein weil dann spielt das keine rolle mehr dass da eventuell nadelbohrungen drin sind die werden dann durch die buchse geschlossen der block funktioniert wieder nur es gibt auch keine kolben mehr es gab keine kolben dafür dann suchen wir kolben raus die moderner sind und die haben dann üblicherweise eine geringere kompression zu werden in dem fall dann nehmen wir glaube ich mercedes kolben für diesen glasen das heißt der kolben ist flacher der kolben ist flacher weil die modernen kolben halt flacher sind und dann passt die pläulänge nicht mehr und dann muss es verlängert werden dann sagen wir wir können den motor retten indem wir euch pläulen bauen und dann funktioniert das heute okay das heißt in dem fall ist es mehr eine reparaturanwendung und gar nicht unbedingt den fall wie es bei mir immer ist leistung halten und so weiter überhaupt nicht was ich höchstgerecht interessant finde es gibt im internet immer so eine so eine diskussionsgrundlage die werden wir auf jeden fall ja auch noch mal ausfechten ist welches profil man nimmt damit es am steifesten ist so was meinst du mit profil das ist jetzt ein i-shaftbläu also sieht aus wie ein i es gibt das ganze aber auch bekannt in der tuningszene immer als h weißt wenn du so und so das profil guckst ja würde ich jetzt aber komplett einfach so stumm im raum stehen lassen weil das wird wahrscheinlich ein video nur über thema pläu deswegen ich finde es aber cool dass hier auf jeden fall schon mal die schafft pläu liegt war ja vorher auch eins das sagt schon mal ein bisschen was aus es hat auf jeden fall ich sag mal so auf den motorblock bezogen geometrische gründe also wir konnten uns das nicht aussuchen in dem fall war es unvermeidbar das heißt ihr kriegt das aber auch als rohling als platte und fräst das da komplett raus als ich ja wir haben stammmaterial da vier kandaromaterial auf dem bandsägerautomat wird es in geringfügung übermaßen stückchen geschnitten und anschließend der rest auf der fräse macht wir haben es auch schon mal auslesern lassen ja die wasserstrahl schneiden haben wir machen lassen ja aber aber ich sag mal so die der wasserstrahl schnitt nicht präzise genug weil wir dadurch 30 40 mm material durchgehen müssen und dann fächert der wasserstrahl zum teil unten aus wollen dann wenn der wasserstrahl schneider ein bisschen geld sparen ich lass das mal ein bisschen schneller laufen und da haben wir verrissene kanten geht das so auf ja das eventuell das aufmaß nicht erreicht und dazu kommt dass das wasserstrahl schneiden natürlich auch einen kostenfaktor darstellt und das war dann letztlich so teuer und ist dann auch noch mit lieferzeit verbunden dass wir gesagt haben nur kurz sein selber frisst ist das aber theoretisch auch geeignet für meine ich nenne es jetzt mal hochdruck anwendung also kann das material richtig was ja das material kann was das ist es gibt davon sogar noch eine steigerungsvariante es ist jetzt in diesem fall tulox 33 ein werkzeugstahl mit einer festigkeit von ca. 950 jude pro fahrrad millimeter das ist also entspricht üblicherweise dem vergüteten 42 chromo 4 man kann 42 chromo 4 noch höher verbieten aber wenn man noch höher festeren stahl haben will dann muss man schon auf 31 chromo 8 ausweichen dann erzielt man festigkeiten von etwa 1200 mm und da könnten wir dann zum beispiel tulox 44 war finden es gibt also noch die juni variante dieses werkzeug alles weitere was wir hier so finden ist wahrscheinlich so das kleine 1 x 1 im motorenbau wobei das ohne mittlerweile zum mittleren einmal 1 zählt weil wir haben uns diese hohen maschine angeschafft das ist eine produktion ist eigentlich für den instandsetzer overkill dazu kommt dass sie sehr schwierig einzurichten ist mein sohn ist auch der einzige der mit dem ding umgehen kann die maschine sehr sehr weiblich das heißt also sie möchte auf eine ganz bestimmte art und weise behandelt werden sonst tickt sie rum sie teilt einen aber nicht mit wie sie behandelt werden möchte man muss das nicht sagen also im laufe des umgangs selber herausfinden das funktioniert glaube ich auch nur beim vater sohn betrieb dass es nur ein einziger kann weil das ist ja sonst immer so gefährlich in so betriebe ist so ein jahren weil da ist ja auch mal krank im urlaub nicht da ist grundsätzlich wie sieht auf jeden fall für für eine hohen maschine groß aus hier massiv die hat diamant hohen leisten oder diamant gesetzte hohen leisten und leider ein paar ausbrüche das kann schon mal passieren sind sehr sehr empfindlich der vorteil ist diese maschine misst im prozess über die zustellung den durchmesser des zylinders und wenn man die maschine korrekt eingestellt hat wird erst mit den schrubbleisten der grobe hohen vorgang durchgeführt und dann ich sag mal so schalte die maschine um und macht den rest dann mit den feinen hohen leisten der vorteil ist wenn die maschine korrekt eingestellt so wie gesagt er ist der einzige der das kann dann setzt man den hohen kopf fährt man den hohen kopf in den zylinder drückt den startknopf und kann weg gehen kann kaffee trinken zum beispiel oder den block bohren oder arbeitsvorbereitung für den messen wenn er richtig gut drauf ist bearbeitet er arbeitet er mit drei maschinen gleichzeitig ja ich würde am liebsten jetzt gar schon mehr tausend fragen stellen lassen wir aber wir müssen ja meinen block auf jeden fall holen das heißt der wird auch da drin holen leider geht das bei deinem block nicht weil dein block kleinere bohren als 93 mm hat weil dieser hohen kopf so groß ist wir haben zwei verschiedene einsätze dort wo dieser pfeil ist ist eine trennstelle der bereich von dort bis oben diesen bereich wo der pfeil ist den kannst du tauschen unter 93 mm ist auf dieser maschinengröße nicht möglich das muss ich konventionell auf dieser maschine machen mit einer haushilfs vorrichtung um die zylinder nach oben auszurichten das ist aber für die qualität überhaupt gar kein problem es dauert noch einfach wesentlich länger nicht möglich weil es gibt den kopf gar nicht in kleiner oder ihr habt den nur nicht wir haben wir nicht weil wir haben einen zweiten kopf da für die großen körper eigentlich wurde gesagt es ist überhaupt kein problem ihr könnt die hohen leisten tauschen für den größeren durchmesser das problem ist du musst die maschine rekalibrieren ist aber so und ich sag mal so je größer die hohen leisten sind je größer der durchmesser umso schwieriger wird das und umso mehr zickt die maschine um letztlich haben wir es dann so gemacht wir haben uns dann einen extra hohen kopf gekauft mit einer anderen teilung nur für diese großen bohren und die steine werden dort auch nicht mehr rausgenommen und jetzt müssen wir für deinen block noch mal einen kleineren hohen kopf kaufen den es natürlich gibt der circa 9800 euro kostet ohne hohen leisten und der hohen leisten besatz noch mal ein satz schlicht leisten etwa 1500 euro schrubbelast heißt also 3000 euro noch für den leistungsatz also wir reden bei 12.000 euro für einen hohen kopf passen für die zylinder und der ist dann aber auch von dem herrscher ja 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 auf jeden fall es gibt nur werkzeug von dem herrscher doch es gibt kein aftermarket zeug vielleicht guckt der hersteller ja zufälligerweise hinzu und will unbedingt dass mein limo motor hier drauf gewohnt wird da kann er sich ja eben gerne okay ja so thema holten ist ja auch noch so ein thema kohle muss sein muss sein und zwar immer dann wenn ich sage mal so dass kohle gesagt geändert wird wenn also jetzt meine v6 oder beispielsweise bei einem fünf zylinder bei kurbel wenn die nicht symmetrisch sind ist es so dass wenn diese ich sag mal so ohne meister gewicht gewuchtet werden wenn man keine ordentlich keine wuchtung erzeugen kann und diese unsymmetrischen wellen wie das hat bei dem v6 ist müssen mit meistergewicht gewuchtet werden das meistergewicht berechnet sich nach dem aktuellen gewicht von pläuel und kolben das heißt also ganz einfach ändert man irgendwas am gewicht von pläuel und oder kolben ändert sich das meistergewicht muss die welle anders gewuchtet werden sonst gibt es unnötige vibrationen meistergewichte für so motor habt ihr schon oder müssen wir erst anfertigen also hier wir haben universal ich sag mal so meistergewichte wir vermessen die wir berechnen die und dann werden die massentechnisch so angepasst dass man so dass sie für die jeweiligen motor funktionieren und es wird halt berechnet wie groß und meistergewicht sein muss und dann muss halt ich sag mal so die masse angepasst werden das sieht jetzt sehr einfach aus mit einem dicken knubbel und manchmal von einer ganzen batterien von verschiedenen scheiben bis man das gewicht erzielt hat dass man braucht und es muss punkt symmetrisch sein das ist wichtig beide seiten müssen das würde wahrscheinlich das sein was wir bei dir montieren müssen bedeutet wir haben zwei verschiedene das ist für die großen amerikanischen fachmotoren weil du ja sechs einzelnen hupzapfen hast müssen wir zwei meistergewichte sehr nah nebeneinander positionieren deswegen haben wir für diesen fall extra diese schmalen viereckigen gewichte um sechs einzelne meistergewichter auch auf seine welle aufschrauben zu können ok tja ringe reinmachen um in den zylinder ja wir bohren dann den v6 auf der cnc fräsmaschine der wird da geboren der wird da geboren weil es ist ja extrem wichtig dass die deckfläche ich sag mal so und die zylinderfläche senkrecht zueinander sind und vor allen dingen dass die nut in die ich sag mal so der draht gesetzt wird oder wegen und je nachdem auch wirklich sag mal so eine konstante tiefe hat das also müssen auch der cnc maschine den block wohnen den block planen und dann die nuten fräsen zum schluss und dann hat man auch gewährleistet dass die nutentiefe konstante ist aber das planen wird nicht darauf gemacht oder nur das vorplanen echt komplett kommt klar das ist eine abspannung weil dann hast du keine geometrie fähigkeiten ich hätte gedacht das ist von der oberfläche ja da drin nicht doch dass wir machen das nicht im schaft fräser sondern wir haben extra großen allen einen speziellen einsatz für diese blöcke fräsen weil wenn ich zum beispiel sogar aus blöcke zum buchsen habe dann muss ich den ja auch einmal aufspannen und alle bearbeitungsvorgänge zumindest um die buchse einzupassen in einer aufspannung zu machen weil jedes mal wenn du block von der maschine runter nehmen es packt ihn auf andere maschine drauf kannst du dir noch so viel mühe geben den auszurichten dass immer den kleinen fehler und das geht nicht das muss man vermeiden das ist zu überlegen ob mir noch irgendetwas einfällt das noch nicht hatten kohlwelle schleifen können wir auch machen wir ungern ist eine lästige arbeit dauert lange ja und das ist aber das geht ja ja haben wir sind wir kommen nämlich dem punkt immer näher mit dem was ich gesagt habe hier geht alles so ungefähr wir haben extra neue schleifscheiben gekauft ja wir sind noch nicht hundertprozentig zufrieden wo steht die maschine sind wir einmal hier um das ist hier die lezente schleifscheibe und das ist eine unserer neueren schleifscheiben müssen sehr porös sein ich sag mal so wenn da wasser drauf läuft läuft das ist wie ein schwamm durch die scheibe durch weil die scheibe muss wasser aufnehmen um dann beim schleifprozess zu kühlen das ist eine alte englische maschine aus den 80er jahren wir sind verwundert dass keine löwenfüße angegossen sind das hätte zum englischen stil gepasst und wir haben dort ich habe eine gewisse auswahl und schleifscheiben in verschiedenen bereiten man benötigt für verschiedene kurbelwellen und wir sind ja natürlich begrenzt das heißt die kurbelwelle dreht sich und das ding fährt immer rein und raus das ist sehr simpel und zwar die leute denken auch wie funktioniert das ganz einfach hier zwei hartmetall schuhe die werden auf den hubzapfen aufgesetzt die maschine hat ich sag mal so hier einen zusätzlichen freiheitsgrad so und dann wird ich sag mal so ganz ja ist ja gut so haben wir das ganze ding praktisch mitgeführt und läuft dann praktisch mit dem hubzapfen mit das ist ein anderes konstruktions prinzip als bei vielen anderen herstellen bei vielen anderen herstellten wird ich sag mal so die kurbelwelle außer mitig aufgespannt dass der hubzapfen zentrisch läuft und dann bleibt die schleifscheibe praktisch stehen und wird nur radial zugestellt vorteil bei diesen anderen konstruktion das geht wesentlich schneller bei dieser konstruktion wo der hubzapfen die schleifscheibe mitführt kann man nicht so viel zu stellen das dauert deutlich länger vorteil bei unserer maschine ist du brauchst die welle nicht umspannen sie läuft sauberer und wir können sogar wenn wir es darauf anlegen ein oder zwei hundertstel von der kurbelwelle runterschleifen weil in den anderen maschinen wo du die welle ich sag mal so außer mitig einspannst hast du wieder das typische spannproblem du kriegst die dinger nicht auf ein hundertstel ausgeprägt auf jeden fall auch höchstgradig interessante thematik haben wir nämlich so noch nie gezeigt gibt es auch etliche die das unbedingt immer mal sehen wollen wie das ganze so funktioniert also da werden wir bestimmt irgendwann auch noch mal er liegt schon da hinten da werden wir auf jeden fall noch mal was machen so jetzt einen letzten punkt weil es wird schon wieder wird schon wieder lang als ich das erste mal hier war war nämlich tatsächlich gerade dabei selbst ventile ich sag jetzt mal zweck zu entfremden und selbst ventile selber zu machen ja kommt hier auch kein so gewesen ich müsste die ventile mal holen das ist so ein typischer ami motor wie er normalerweise macht ja das ist das ein mopa big block ich sag mal so ich weiß jetzt nicht was die vier vierziger ist das nicht weiß muss man dazu sagen das ist der mechaniker der nebenan die motoren zusammenbaut ganz genau das ist unser mutter schrauber das ist noch mal ganz andere thematik da kommen wir im laufe der nächsten monaten also in dem fall ist das so wir haben ventile geschnitzt für einen schnitz ich sag mal so für einen opel er hatte das waren die originalventile und der zylinderkopf wurde geportet und er wurde soweit geportet dass die ventile nur noch ganz außen auf der äußersten kannte in bestimmten stellen nur noch so 0,3 mm getragen haben das heißt also das funktioniert nicht das hält nicht der motor läuft wenn überhaupt fünf minuten und dann bläst er an der stelle durch das heißt also wir benötigten größere ventile die größere ventile gab es für den motor nicht mehr zu kaufen weil es halt auch ein oldheimer sportmotor ist und wir können das relativ einfach machen wir gucken entweder ich sagen wir kaufen bei schrick ein rohling die relativ teuer sind die kosten stück ungefähr 40 euro man muss sehr viel vom teller unterschleifen die sind haben dann sehr große überlänge und der teller ist sehr groß und sehr dick und alternative ist man sucht online im programm nach einem ventil das schon mal ungefähr die ammessung man jemand braucht und korrigiert dann nur die feinheiten in dem fall hatte ich dann ein ventil genommen genau da habe ich ein lkw-ventil genommen und habe dann ich sage mal so das hat über länger habe also den schaft gekürzt die nut eingestochen und ich sage den schaft die etwas abgedrehtes ventil erleichtert so dass es das gleichgewicht hat wie die originalventile nur millimeter größer ist und durch das größere ventil habe ich außen mehr tragbreite am sitz und dann funktioniert das wieder ventile kürzen muss das oben neu gehärtet werden ich könnte die ventile holen ja alles gut da werden wir bestimmt auch noch mal darauf eingehen bei mir immer die frage gestellt so kann man sowas kürze nicht weil wir das ganz oft haben dass das ventil immer weiter reinkommt in den kopf sind es noch mal geschnitten noch mal geschnitten noch mal geschnitten aber okay wieder was gelernt muss auch gerne das schwierigste ist nicht das härten oder das kürzen schwierig das ist immer die nut passen zu kriegen weil üblicherweise werden die glaube ich entweder die klopfen geschliffen ob werken das mal auf der cnc maschine versucht haben sie mal sehr viel gebraucht das funktioniert nicht gut und jetzt wie macht das jetzt auf konventionellen drehmaschine mit dem entsprechend ich sage mal so geformten meißel deshalb sehen wir auch zu dass wir möglichst immer nur eine rille drehen müssen und es gibt ja auch die sache so diese teile mit rein und muss man drei rillen und auch natürlich abstand konstant hinkriegen das ist und zu viel aufwand ja so ich würde sagen das reicht erstmal für die erste kleine einführung hat spaß gemacht jede menge gelernt war ein video wo ich selber mal fast gar nichts sagen musste ich freue mich auf den motor wir uns auch wir freuen uns auch bis zum nächsten mal